hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge da ist unser programm so wir machen direkt weiter binden hier mal die energie an ich habe die ganzen sprayer fertig gemacht heißt da können wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr hantieren ja hier wird halt auch noch überall was benötigt kriegen wir natürlich hin bloß wir müssen halt jetzt gerade hier gucken wegen der konnektivität hier eins dazwischen hier eins dazwischen hier sind alle gebaut bisschen lauter musik machen wenn man jetzt mal lautstärke 16 sollte im normalfall ausreichen aber wir sehen es ja so wir brauchen halt jetzt in sich ganz wichtig hier unten quantum chips heißt titanium glas und hier haben wir ja schon mal das reingesetzt die frage ob ich optikal ja kommen wir nehmen gleich mal das bessere rezept brauchen wir noch das und dann brauchen wir noch hydrogen raus geht dann die grüste und hier kommt auch blau rein das schöne dass ich das hier gemacht habe ich habe ein bisschen was verpellt natürlich wieder die frage ich sollte auf jeden fall jetzt titanium glas auch noch rein hauen blendfiller titanium glas heißt hier glas titan wasser so 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 ist es gibt titanium glas das ist hier jetzt auch wieder das thema jetzt muss ich gucken dass ich das ganze wieder ans laufen kriegt, dass ich hier schon mal Quantum Chips machen kann. Das ist jetzt halt sehr, sehr wichtig. So, da sind wir wieder zurück. Ich muss jetzt gucken, dass ich den Rest auch noch baue. Ich muss aber erst mal Quantum Chips anwerfen. Wir machen es jetzt anders. Wir machen hier die ganzen Lines wieder das reinführen. Das hier führt noch nicht rein, weil dann habe ich das ganze Problem mit den Lieferketten nicht mehr. Wenn ich das ganze jetzt hier abende, dann sollte es ja gar kein Thema mehr sein. So, wer da kann, kommt einfach alles jetzt wieder an. Überall Remote, also alles geht raus. Weg. Da seht man, manche Sachen habe ich noch nicht gebraucht und manche habe ich halt Regen gebraucht. So, das ist ja auch noch weg. Vor allem die blauen Sprayer, die sind auch wichtig, dass die hier mal entstehen. dann, ups, als zweit. Das darf raus. Ich würde die Linien einfach wieder umdrehen. Dann hier und hier runter. Gut, hier ist zwar nichts drin, aber ich mache es erst mal so. Lass das auch umgekehrt werden. Es wird jetzt auf jeden Fall ein Heidenspaß, da bin ich jetzt ein bisschen dran, das Ganze umzuändern. Aber im besten Fall läuft dann unsere Fabrik wieder und bis den anderen können wir alles nach und nach reinholen. Wir müssen halt erst mal fertig werden, dass alles funktioniert. Dazu brauche ich halt wunderschöne Sampling-Machines ganz viele. So, das darf alles rein. Hier rein. Hier genau dasselbe. So. Immer wenn man aufnimmt, ist immer irgendwas. Aber hier kommt jetzt schon mal alles rein. Das ist schon mal sehr schön. So. So. Alles geht hier raus. Hier müssen wir auch abändern. Also ich kann hier das Ganze schon mal so, das geht schon mal raus. Das wäre cool, wenn es ein Tool gibt, wo ich jetzt einfach nur die Line umdrehen könnte. Oder gibt es das? Kann ich hier einfach die... Äh... Da... Ne, leider nicht. Das baue ich raus. So. Wenn ich das jetzt so rum mache, dann geht es nämlich direkt weiter. Ah, das ist doof, weil dann habe ich jetzt ganz viel im Inventar. Und ich brauche jetzt nicht die ganzen Sachen mitten im Inventar noch zusätzlich. Heißt, ich drehe jetzt die ganzen Sachen und dann lasse ich sie reinlaufen. Komm. Wenn du... Ich muss hier von hier aus Musik laufen lassen. So. So. Das geht hier raus. Die füllen sich jetzt halt noch gegenseitig auf, aber das ist ja relativ egal. So. Hier. Und hier runter. Also wir gucken jetzt, dass wir jetzt relativ zeitnah jetzt die ganzen Fabriken abändern oder die Storages. hier runter. So. Hier runter. Du darfst das hier... Ja, perfekt. Das ist hier gut so. So. Du bist so gut. Du bist so gut. Also du bist so gut. dann geht hier auch alles aus okay die fabrik hier nimmt es schon mal raus kohle können wir auch drehen so ich drehe das tatsächlich am schluss alles um und dann geht das von hier runter bestimmt kommt ihr jetzt gleich in der nächsten folge haben wird es doch einfach nur so ein bisschen in den kommentaren ich sehe ich schon vor mir hier dann runter und dann kommt hier noch glas perfekt hier schon wenn ich das hier noch umdrehen hier runter und rein hier geht es schon raus hier geht es nur rein ja so sehr gut also laufen dann die ganzen fabriken schon mal oder die können sich dann schon mal die ganzen ressourcen holen die sie brauchen ja mal gucken hier geht es nicht stehe hier geht es nur rein und wird verschickt so hier mache ich auch weg so dann meldet sich der hund wieder zu wort ich glaube meine vondukte kommt ich bin gleich wieder im moment weitermachen wenn der hund hier wieder randale macht also die ruhigste zeit ist tatsächlich wenn ich alleine zuhause bin dann kann ich am besten videos für euch aufnehmen es tut mir richtig leid das ändert sich hoffentlich bald wenn wir dann andere wohnung haben weil aktuell ist es halt ja provisorisch also habe ich ja schon in anderen videos gesagt ich gebe trotzdem mein bestes dass ich euch guten content liefern kann und hier kann ich halt das reinhauen hier drüben kann ich das nein das gucke ich am schluss zwar hier ist relativ simpel zweck machen und gibt es hier relativ simpel dass man einfach mal alles raus machen müssen so dann geht das hier rein das geht dann alles hier lang das geht hier lang das geht so so natürlich geht es hier raus doch hier vor so ja dann kann ich das nämlich hier einsetzen und hier das kann dann schon mal die sachen raus nehmen wie zum beispiel das wasser ja die ganzen sachen werden ausgeschickt sehr gut das lasse ich hier raus raus auch raus so kann es nämlich hier nein natürlich nicht dann kann es hier lang das kann weg das kann weg so da drüben gehen die sachen schon raus aber tatsächlich war es das dann schon wieder mit dieser folge wir werden in der nächsten folge das weitermachen sodass wir dann auch da tatsächlich die restlichen alle hinsetzen und abändern und die verträgt wieder das laufen bekommen hier machen wir das alles auf eine seite das darf auch raus so wir sehen uns dann in der nächsten folge von Dyson's Fair Broadroom wieder bis zum nächsten mal tschau tschau